Jo Freunde, was geht ab? Ich bin Sam wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich neue Coachella Island Aufträge Woche 1, Auftrag Nummer 4. Und zwar, sammle versteckte Musiknoten während des Druckbilds, Zeitsprung, Speedruns auf Coachella Island. Mapcode ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja Leute, hier sind wir in der Insel. Wir müssen einfach mal hier ganz oben zur Parcours Island. So und ihr seht direkt Mirage Time Wrap. Wir müssen einfach mal hier komplett durchlaufen. So und zack, hier sind wir. Wir haben drei Versuche. Wenn wir nicht mehr wollen, dann könnt ihr hier auf dieses Gerät klicken und dann könnt ihr hier rausgehen. So, wir müssen hier einfach mal jumpen. So, zack. Okay, manchmal gehen die weg, manchmal bleiben die. Und da, ihr seht schon die Musiknoten. So Leute, das hier ist die erste Musiknote. Das müssen wir einsammeln. Somit haben wir auch schon eins von fünf. Hier war gerade die zweite Musiknote. Einfach einsammeln, habt ihr zwei von fünf. Jetzt müssen wir anscheinend hier runtergehen. Und zack. Okay, wir haben schon zwei von fünf Musiknoten eingesammelt. Jetzt können wir unsere Seite auswählen. Wohin wir gehen wollen. Okay. Ah, okay. Zack. Wir klettern einfach mal. Okay, wir müssen jetzt einfach mal hier hoch. Zack. Ich laufe einfach mal ein bisschen hier hoch. So. Rübergehen. Einfach mal ein bisschen Parcours machen. Dann irgendwann kommt auch die zweite, äh, die dritte Musiknote. Wie ihr sehen könnt. Zack, einfach einsammeln. Somit habt ihr auch drei von fünf. So, zack. Ich habe das fast abgeschlossen hier. So, einfach mal reingehen. Okay. Erstes Pack. Also das dritte. Also das haben wir jetzt an. Okay. Don't touch the red tiles. Okay. Wir dürfen das hier nicht anfassen, die roten. Also wir haben jetzt schon insgesamt drei von fünf, Leute. Jetzt fehlen uns noch zwei Musiknoten. Hier ist das vierte. So, zack. Einfach einsammeln. Somit haben wir auch vier von fünf. Und hier ein bisschen Parcours. Wir dürfen das rote nicht anfassen, Leute. Ich bin gerade schon auf der anderen Seite. Ihr müsst hier einfach mal rutschen, wie ihr sehen könnt. Oder einfach nur ducken. Und zack. Wir machen hier weiter. So. Okay. Ich habe es angefasst. Und ich wurde komplett zurückgesetzt. Deswegen passt auf, Leute. Hier vorne ist das fünfte und letzte Musiknoten. Oh. Okay. Wir haben hier, ähm, zum Glück einen Spawnpunkt. So. Ganz schnell jetzt. Zack. Die fünfte Musiknote. Zack. Fünf von fünf. Und somit haben wir den Auftrag auch abgeschlossen, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Obniert gerne meinen Kanal. Lasst ein Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Dann würde ich einfach sagen, war schon mit dem Video. Und ciao. Hot Rimes nächstes Mal, Leute. Tschüss. 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 Vielen Dank.